Du bist aber wirklich wahnsinnig schnell. Ich freue mich, dass ich dich mit meinem Tempo beeindrucken kann. Wir werden uns gleich nackt sehen. Ja, Monika. Wollen wir es gleichzeitig machen, was meinst du? Also aus drei? Eins? Zwei? Zwei? Also ich würde ganz keck sagen, dass unsere Freundschaft jetzt wohl völlig ruiniert ist. Ach, die Freundschaft war doch nicht so eng. Oh Gott, oh Gott, das halte ich wieder, als Joey kommt. Hi. Hi, Joey. Ich sehe mir gerade einen Film an. Oh, oh, das tut mir sehr leid. Nein, nein, das ist nicht so. Das ist doch wirklich völlig in Ordnung. Ich bin auch gleich wieder weg, die Brotjunk verwartet. Ich will nur wissen, wo die Kondome sind. Die Kondome sind in meiner Tasche. Oh. Ach, äh, äh, lasst du mir vielleicht eins da? Für dich allein? Ja. Ja, okay, lass die Sau raus.